Detlef Soest ist enttäuscht. Er hätte diese Woche gerne wieder mit Ekaterina Leonova trainiert. Doch jetzt hat er plötzlich Katrin Menzinger an seiner Seite. Alles anders bei Let's Dance. Nächste Wochen werden unsere lieben Prominenten nicht mit ihrem jetzigen Partner tanzen. Wir machen unseren beliebten Partner-Switch, verkündete Joachim Jambi, 59, am Ende der letzten Sendung. Besonders für Detlef Soest, 53, ein Schock. Detlef Soest findet den Partnertausch nicht gut. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Ich finde es nicht gut. Ich bin da ganz ehrlich, gibt der Tanzcoach gegenüber Sender RTL zu. Er möchte seine Tanzpartnerin Ekaterina Leonova, 36, nur ungerne hergeben. Wir haben so viele Tiefen schon miteinander erlebt und haben so zusammengefunden in unserer Tanzbeziehung. Meine Familie liebt Ekaterina. Wir waren zusammen im Urlaub. Ich habe mich darauf gefreut, in der nächsten Woche mit dem nächsten Tanz anzugreifen. Jetzt muss man sich an jemand Neues gewöhnen. Zwar findet Detlef auch die anderen Profitänzerinnen super, aber es ist ein Unterschied, ob du jemanden schon sechs Wochen kennst oder nur von der Sky Lounge. Mittlerweile ist auch bekannt, welche Dame in Ekats Fußstapfen treten wird. Katrin Menzinger, 35. Die Fans sind schon jetzt sicher, dass Detlef auch mit seiner neuen Tanzpartnerin eine gute Figur auf dem Parkett abgeben wird. Das wird bestimmt mega, ich habe mir Katrin und Detlef gewünscht. Bin sehr gespannt auf die beiden und das feier ich, lauten nur einige der begeisterten Kommentare auf Instagram. Mal sehen, ob die beiden den Erwartungen der Fans am Freitag gerecht werden.